Hallo und wieder herzlich willkommen zurück bei Forza Motorsport 6 und heute dem letzten Part gegen den Stick. Und wir haben ja den Stick in jedem Rennen geschlagen und jetzt kommt das letzte BMW M4. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Circuit de Prague statt. Die Strecke bietet eine malerische Kulisse und einzigartige Architektur. Das ist schon mal fein, weil ich den M3 schöner fand. Ja, komm, gib Gas. So. BMW ist jetzt auch kein wahr, muss ich sagen. Oh, das ist der, der übermäßige Krach war, aber ich weiß nicht. Ich finde BMW irgendwie cool. Besser als ein oller Mercedes. Mercedes ist, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht. Mercedes kann ich null anfangen. So, wir haben hier die kurze Strecke von Prague. Prague ist eigentlich ein riesen Track, geht mitten durch die Stadt durch. Und ja, hier in der Palisade lang. Das ist die legendäre Brücke. Ich kenne die Namen alle nicht mehr. Ich bin da Ewigkeit nicht mehr gewesen. Das ist, weiß ich nicht, 15, Jahre her, wo ich da war. Oh, das ist cooler in Prag. Das ist der, der Park, der da ist. Da ist nämlich ein kleiner, so, wie was heißt klein, so klein ist der gar nicht. Ein kleiner Freizeitpark, sag ich mal. So mit Riesenrad und Karusel und solche Geschichten. Und Prag hat auch einen sehr schönen Zoo, muss ich sagen. Sehr, sehr nice. Sollte man unbedingt mal gewesen sein. Also, der ist sehr nice. Wirklich richtig geiles Ding in Prag. Prag ist echt eine wunderschöne Stadt, auch wenn das irgendwie Ostblock natürlich ist. Mit den Straßen und so und auch die Bauern und so. Aber Prag ist echt schön. Prag hat auch eine sehr historische Geschichte, sag ich mal. Ähm. Ja. Mehr möchte ich dir jetzt aber auch nicht verraten. Also, wer es wissen möchte, schaut sich eine Doku oder liest sich irgendwie an. Oder, ja. Sehr schöne Stadt. Auch mit der Straßenbahn und so. Ja. Die gibt's nicht mehr, aber die Gleise sind halt noch da. Und, ja. Ja, den Stick haben wir sozusagen jetzt geschlagen. Würde ich mal sagen. Ich denke mal, das war's für den Stick. Der kann seinen Job aufgeben. Und wegen, der Stick ist der Beste. Hihi. Wir sind der Beste. So. Wie man sieht. Tzack. Wir haben das Stick achtmal. Zehnmal sogar geschlagen. Ja. Gut. Dann war's das schon wieder für diesen part für heute in diesem sinne wenn es dir gefallen hat lass ein like da lass einen kommentar da um nichts mehr zu verpassen lass ein abo da und wenn du gegen mich antreten möchtest dann lass es mich in den kommentaren wissen in diesem sinne bin ich raus